Wie siehst du denn jetzt aus? Ah ja, gut, du hast die Maske. Die ist auch cool. So, muss auch annehmen. Aber das nimmst du ja wieder nicht auf, oder Wolf? Ne, das nehm ich nicht auf. Ja, dann fehlt dir doch wieder ein Video. Egal, komm, den hauen wir jetzt schnell durch. Na gut. Mach ready, Hutz. Musst noch warten bis er fertig gegessen hat. Tut mir leid. Ding-de-ding-de-ding-de-ding-de-ding Bonanza. Wolf geht direkt ohne. Das ist ein Low-Rank-Fee. Mach mal schnell. Machst du so einfach. Merke, ich muss unbedingt mal die Liefer-Quest für das zweite Lager hier... Fertig machen. Weiter hast du noch nicht. Nee. Das ist schlecht. Ich hab hier auch noch keine anderen Lager. Oh. Herz. Ja, ich bin unterwegs. Bin unterwegs. Oh. Seid er da. Die anderen Seite. Huiiii. Nigel. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 18. 18. 19. 20. 20. 21. Brauchst du viel von dem? Ja. Brauch viel von dem leider. Die Pressure Gang ist ja schon auf dem Weg zu brechen. Ja. Ja. Oh. Oh. Ja, war gut. der hat aber von ihm auch gesessen und auch immer ich wollte gar kein mehr trinken das sagen sie immer und am ende sind sie trotzdem beim 18.4 nein ich wollte hier nach der heiltrank verdammt lass dich einfach so in mich ein für live einmal bauchkraulen die kann einem schon ein bisschen leid keine städte warfakt eine richtige ax haben für die gegner zum spalten nein nein nicht so gemein sind wir nicht wir spalten hier keine gegner ich habe einen helmbreaker das ist sowas ähnliches nein er ist weggeschwungen er sagt bei dir nein ich musste dir den noch mal mitfischen abend hallo haben grüß dich wie geht's dir wärst du glücklich wenn ich meinen hund zu rasch um modelliere stimmt du wolltest du ihn vorhin fragen ich weiß noch nicht ob er das jetzt gehört hat es war gerade so laut garantiert ist hat er noch nicht geantwortet fisch braucht es immer ein bisschen der spielt wieder nebenbei Elden rings bin ich mir ganz sicher was ist Elden Ring Elden Ring spielt fisch macht nichts mehr anderes Okay. Autsch. Das tat weh. Hau, um mich anzuschreien. Halt mich schon wieder an. Oh, mein letzter Mega-Trunk. Ich habe nämlich vergessen, aufzuladen. Dann brauchst du überhaupt Mega-Tränke für das Krieg. Ich habe nicht mal gegessen. Na doch, gegessen habe ich schon. Vielleicht nicht. Wie gesagt, wir haben genug Defense auf der Rüstung, dass das nicht nötig ist. Ja, eigentlich nicht. Ich habe On-Shaden genommen. Hey, ich bin kurz davor, alle Achievements zu holen. Bald bin ich frei. Hast du aber die Fragen nicht beantwortet? Würde ich dich denn jetzt freuen, wenn ich mein Hund zu was mache oder nicht? Okay, eine Schuppe schon mal. Das ist schon mal nicht schlecht. Du brauchst schon mal. Schauen brauchst du dich nicht. Und eine Klaue. Klaue brauche ich auch. Davon müssen wir jetzt noch fünfmal machen, glaube ich. Mal schauen, was wir in Belohnungen bekommen. Weil wir haben ja relativ viel gebrochen gehabt. Ja. Sehen wir dann. Vielleicht mal was Neues einschenken. Neuuu. So. Mein letztes Getränk. Verdammt. Moment. Das davor war eigentlich als Antwort gemeint. Aber wenn es geht, würde ich es lustig finden. Ah. Ach so. Wir müssen nur ein Zinograd hören. Oder mehr. Geht wir es mehr? Oder mehr. Zinograd. 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 Naja. Zinograd. Zinograd. Ah, okay. Hat es gereicht, Sputz? Weiß ich noch nicht. Gucke ich jetzt. Bin schon unterwegs nach oben. Waffe schmieden. Jagdhorn. Oh, das sieht gut aus. Schmieden. Willst du fortfahren? Ja. Möchtest du ausbrüllen? Nein. Ich möchte das hier tun. Ja. Ich möchte das verbessern. Ja, es hat gereicht. Ja, meine. Sehr gut. Das freut mich. Oh, nee, duro. Oh, nee, duro.